Du kannst auch ein Ei mitnehmen oder ich ziehe es hier groß, dann kriegst du es, wie du möchtest. So, so schön aufgeräumt hier. Keine Tiere mehr in der Welt als vorher. Ich muss jetzt nur irgendwie was hinmachen, dass ich die Ovis hier... Aber ich schmeiße doch hinten, oder? Was meinst du, Thorsten? Ein großes Haus für die Ovis einfach so hinwerfen? Was meinst du? Was sagst du? Du kannst ja als mein Freund für komische Sachen und Dinge, frage ich dich jetzt einfach mal. Ich wollte ja nicht einen Zaun ums Grundstück machen, aber irgendwie passiert doch hier nichts. Die Schafe einfach hier hinschmeißen auf die Weide, oder? Ja, wollte ich mir gerade bauen. Ich werde es vielleicht dann... Ich werde vielleicht die Schafe hinten in deines Gehege um die herumbauen. Vielleicht so rum, weil andersrum ist irgendwie komisch gerade. So, mal gucken hier. Und ich muss zu Hause bleiben. Die fressen wie die Schweine die Schafe. Achso, du kriegst noch deinen Arc. Achso, lol, sorry, warte. Äh, Breeder. Einfach mal schon einsortiert hier. Voll verpeilt. Entschuldigung, wo bist denn da bist du? Also, gerade hier im Breeding waren und einfach hier vergessen. Also, du hast das einzige Männchen jetzt. Ich habe kein Männchen mehr. Ich kann nie, nie wieder rammeln, außer jetzt kommt ein Baby hier raus. Ja, wenn eins mit HP und Damage rauskommt, wäre es doch geil. Es wird ultra. Zwar, der fürs nebenbei naschen, aber noch ein bisschen Hunger. Also, ohne. Hast du lutscht gerade an den Hut? Bitte was? Hä? Akustik war gerade sehr, 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 sehr komisch. Ich habe gerade Penne im Mund. Achso, okay, okay. Hast du schon gesagt, ich lutscht gerade an den Nudeln, oder? Ja. Aha, ja. Fühl ich. Ich meine, zum Glück fühle ich den nicht hoch. Haha. Kannst du mir, kannst du mir eine bessere Kettensäge besorgen? Ich meine, ich meine, für, 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 für die, für die Bäume zum, äh, für Bäume zum Handeln, natürlich. Nicht, weil ich jetzt hier scharfe, auspacken. So. Und dann lasst es euch schmecken. Lasst es euch schmecken hier. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizeit, vierzeit, fünfzeit. Zeigengeschütz. Halt, bremsen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Wieso kriegen nicht alle was zum Essen? Ah, jetzt hat. Dein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizeit, vierzeit, fünfzeit. Okay, haben alle. Ob das, ob das, ob das gut geht, hey. Was? Elf Scharfwerk, leistet, fünfze Scharfwerk, leistet dich losziehen. Das ist keins verreckt. Raw meat. Okay, na gut. Und die anderen, glaube ich, mache ich oben. Gut, ich hätte die Schafe auch hochziehen können. Theoretisch. Ich mache, glaube ich, ich mache, glaube ich, eine zweite Etage mit einem schwebenden Gehege. Das, das ist doch normal, oder? Die können so getroppt werden, damit ich erstmal das Ganze hier... Dann laufe ich auch hier immer ein Stück Scheiße in der Gegend rum, keine Ahnung. Cool, das funktioniert doch nicht geil. Jawohl. Terion trägt schon da, oder? The future is now. So. Wow. Oh, irgendwie muss ich eigentlich mal krass hier. So. Höh? Ach so, weil er zu schwach ist, genau. Oh ne, Rex hat plus 35... Boah. Hat 35 was bekommen. Plus 4 Leben auf 40 hoch. So ein Schmarrn. Mal kurz auswerten die Dinger hier. Also. Agentaves. Alles gleich geblieben. Also wir haben schon einen mit 40, sieh mal 40. Schau an. Ist schon mal einer. Leider zwei, leider zwei, ähm, drei Mutationen. Zwei von, von, Mutter und zwei, einen von Vater. Aber, macht er nicht. 40, 47, passt. 40, 47, sogar ein Männchen. Der nächste Breeder. Sogar hoch, 239. Mit nur drei Mutationen. Auf einer Seite. Sehr geil. 40, 49, okay. Das ist das Hauptding. 40, 49, das ist wichtig. Haben wir geschafft sogar. 49. Das wollten wir doch, ne? Der ist jetzt richtig. Ich hab, ich hab vergessen, 47, 49, genau. Das ist der, der beste. 31, 39, 40. Warte, ich, ich muss gleich mal hier so zum Grinder hin. So nebenbei, so aus Versehen. So hoch. Huch, ich bin mein Grinder. Ähm. Und da müssen wir noch schauen. 31, 49. Nope. 40, 49. Ja. Okay. 40, 49. Ja. Krass, Alter. 40, was? Was? 40, 43. 35, 49. Moin, hi, sehr. Na klar. Na klar. Heißt kein anderer hier, da. Hi, da, hier und da und hier, was es geht. Na klar. Immer mal wieder in Ark reinschauen. Wie würdest du sonst die 3000 Stunden Ark rechtfertigen? Innerhalb der letzten 5, 6 Jahren. Immer mal wieder rein schon so. Jedes Jahr so für 1, 2 Tage, Wochen, Monate. Am 24.12. um 8. in der Früh ging es los mit der Planung. 2, 3 Tage Server gebastelt. Jetzt spielen hier. Willkommen beim 7. Tag Ark heute. Erster Tag, 24. Und die Tage darauf. Jetzt der 7. Tag heute. Welcome, my friend. Weiter geht's. Äh, 40, 47, nope. 40, 47, nope. Ähm, 39. 25, 39. Boah, minus 13? Mach du nichts, Kate. Alles gut. Huhu. Ach du. Würde du mir Zeiters zockst oder nicht? Da brauchst du auch gar nichts irgendwie sagen oder so. Alles okay. Aber freut mich, dass du Bescheid sagst. Wie geht's dir? Also beim Rex bin ich ein bisschen, ein bisschen Leben. Okay, können wir lassen. Hier 25. Ist halt schon frech. 25. Und hier, lol. Ich brauch den Damage of Duster. Mit dem Rücken war es nie schlimm. Es war immer die Füße. Heiser. Und ja. Ja, es ist. Es ist noch schlimmer geworden. Tut glaube ich auch der Streamtitel aussagen. Ja, ist doch okay, Kate. Bett liegen, Beste. Bett liegen, ein bisschen entspannen. Ich habe hier ein Riesenprojekt am Laufen, Heiser. Ausführ bezeichnet Abteilung. Dann weißt du, was ich meine. Ich weiß nicht, was ich mit diesen Tettys machen soll. Wow, hey. Das ist so schlecht geblühtet. Das ist so schlecht geblühtet. Schon wieder. Ich mache die jeden Tag, aber... Der eine, 25 Leben, 39 Damage. Okay. Von mir aus. Der andere, 35 Leben und 13 Damage. Ja, was soll ich denn mit denen? Alles gut, Herr Heiser. Das neueste Stand muss doch nicht sein. Komm einfach her und genieß es. Scheißegal, was drumherum passiert. Das wurscht. Hauptsache jetzt, jetzt in dem Moment, die Minute, die die Sekunde zählt. Arg und fertig. Dann nicht schon. ok das passt dann nehme ich dann nehme ich den als Männchen und tue den auf die 3 da drauf ok wunderbar dann habe ich um den Platz hier dann nehme ich den hier ja komm hier glaube ich stören sie noch weniger und der Rex der kann halt hier hin so wie der andere letztens die Nanny müsste das eigentlich machen auch hier und schöne Geschenke bei dir ich hatte seit ich letztes Jahr aufgehört hatte so gegen Juni Juli August weiß ich gar nicht wann es war nicht mehr gezockt so eineinhalb Jahre Pause jetzt ist ja wieder viel neues passiert jetzt bin ich heute kein Tier verreckt dann passt das und ich glaube ich brauche eine riesige Breeding Station oder ich tue einfach das Gewächshaus ausbauen so 11 Ovisse hier hinten 1 Rex 2 Teddys und Argentavis weiß ich nicht 5,6,7 äh 5 stück hat eigentlich schon mal einer probiert was passiert wenn man einem Tier die 10% buff von so einem Candy gibt und das in dem Moment breedet ob der Movements wird ja in den Steps angezeigt ob es den dann mit rein breedet weiß ich nicht ich glaube da hatte ich auch schon was einfallen dass es nicht mit rein geht denke ich mir nicht dass es geht nö also war ich hier heißt ja gar nichts besonderes Tag zuvor war ich in einer Klinik also nichts besonderes ich war hier und habe das gemacht was ich die letzten 100 Tage gemacht habe oder 90 Tage und nö es zu privat ist nicht ich erzähle sowieso fast alles hier über mein Privatleben nicht immer aber immer wieder Weihnachten war einfach hier warten dass es vorbei ist Jo 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 Hm Halt hier voll am Husten ey Halt Halt hier케 Alles ok alles gut wir haben hier wir spielen hier Argen porqueон haben Spaß Wie geht es dir denn so was hast du mit den jahren gemacht was hast du denn gezockt Hallo Tür zu So, also Haltrack habe ich gleich Achso, ich wollte wegen Mantel schauen Jetzt machen wir erstmal die ganzen Dinger hier Das ist schon was für coole Brutprints, der unser Freund hier gelootet hat Dann können wir die benutzen, oder? 36, 26, 26 Bloß 26, oder was? 36, 36, 36 Ich brauche mal Brock hier auf Gedönse hier 150 Wild 228 Breed Das ist ja auch so eine Scheiße, oder? Jetzt habe ich ein Weibchen und drei Männchen Mach mal aus den Weibchen einfach unfällig 150er Schellkröte Mit nicht leben Change Mod Ich muss mir glaube ich ein Dreierdingen machen hier Drittes Ding da Was? Was disallowed? Release Personal Tame Capped Reached Loool Wie, ich habe ein Limit Ich habe ein Limit Personal Tame Capped Hä? Das habe ich ja noch nie gemacht Admin! Wo bist du? Hä? Was? Personal Tame Capped Reached? Vergext ist das Spiel vorbei Ja, weil du im gleichen Tribe bist, oder? Weil ich auch so viele Tiere habe Ja Oh Moträtführer scheint krass Moment Chat Aber wir müssen da was ändern Du musst wohl deine Schnecken alle töten Hä? Nein, das zählt ja gar nicht Das zählen nur die, die da draußen sind Die in der Kugel zählen ja nicht Das sind nur die, die da draußen sind, zählen Aha Und da habe ich Ja Ich kann sie nicht mehr rauslassen aus der Kugel Das zählen die nicht Ich habe jetzt elf Schafe draußen Äh, 15 Schafe habe ich draußen Äh, ein Rex Zwei Terris und fünf Argus Das war's Das sind 20 Stück vielleicht, oder so Das, mehr habe ich nicht Die in der Kugel zählen nicht Ja, aber jetzt sollen die Dinos draußen Und das, und das soll ein Limit sein? Soll nicht Dinos? Welches Spiel leben wir denn hier? Admin! Genau, hast du recht Hast du recht Ja, also ja Aber schön, dass du dich auf GTA und Schule konzentriert hast Die zwei wichtigsten Themen im Leben Machst du den GTA-RP? Ich hoffe doch! Also, Fuff, ich kann schon mal meine zwei Mantis rauslassen Warum? Ja, konnte ich ja vorher nicht Ja, das ist schade Ich hätte gerne, du hättest das runtersetzen müssen Auf zwei Dass hier nur ein Dino haben Jeder darf nur ein Tier Boiden müssen wir später online sein Und es absprechen Ja, also zum Start von Ark, why not, weißt du? Aber jetzt zum Ende von Ark Ist das Geschmarr Was wollte ich eigentlich machen? Irgendwas wollte ich mit der Mantis machen Ich wollte Ich wollte die auf Weibchen machen, oder? 26 26 Hast du eine Mantis, die höher ist als das 26 HP? Damage habe ich 36 HP leider nur 26 Total scheiße Zufällig Immer PVE Al Capone Ich habe keine Lust auf PvP Für mich ist es schön, die Welt zu entdecken Dinos zu breeden Dinos zu zähmen Ein paar Höhlen machen Ganz entspannt Oder auch mal einfach nur dumm daher labern Lange Zeit und einfach nur in der Basis stehen PvP, gar keinen Bock auf den Stress PvP spiele ich viel zu entspannend und langsam Zwar nicht so schlimm wie Technikus Aber trotzdem noch Ja bitte? Achso habe ich No Front vergessen, sagst du? Technikus? Oh, der ist ja jetzt in der Ding drin Hat jetzt ein Logo, der Typ Hat der jetzt ein Logo, auch wenn ich ihn raus tue und wieder rein tue? Oder ist es nur für den Server Neustart jetzt? Warte Die Animation ist doch gar nicht mehr da Ja cool, das hat ja zumindest eine Animation Zumindest ein Zeichen da Nice So Fufi Du kannst wieder, ne? Bist du Bescheid? Ja, ich bin hier gerade noch wichtige Sachen dran Mach das, mach das Sag genau Dass du Nur halb zugehört, dass du das nicht mitbekommen bist Ja, ja, ja So Das Ding, das Wade ist hier Das habe ich da Oh Gott, dieses Schiff hier, die Kleine Wo habe ich denn mein Hier Wer weiß, was passiert So Das habe ich dabei, das habe ich dabei Achso, mein Viech am Rücken habe ich eingesperrt hier In der Box Wo kennen wir dich So muss das sein, ja Du hast gestern gesagt, wir können breeden, weil ich habe ja hier einen 150er Max-Tame Hast du noch einen, oder was? Weiß Hast du ein Männchen zum Breeden? Von diesem Sino, der rumfliegt? Der uns rumfliegt? Ich habe jetzt zwei Weibchen, 95er und deinen halt dann Nur noch zwei Ja, ja, ich habe ja den anderen Weil das klont Und den einen von dem klonten habe ich ja Hier gegeben und umgewacht Ich weiß gar nicht, wo meiner ist, den ich eigentlich in die Tasche gehabt habe Achso, ich hatte eh nur noch die zwei, ne? Ja doch Ich hatte doch gestern einen anderen Wie heißen die Sino? Sino Ach hier, Rucksackkapp, wo ist denn der? Komm mal zu mir Dankeschön Zum Glück kann man da diese Dinger suchen mit dem Teil So Genau, bitteschön, kriegst du das Teil hin Und dann kann ich los hier So Schön Level Up, oder was? Ich muss aber mal mit so einer Ding Geh, jetzt losgehen Vielleicht krieg ich ja noch mehr Metall bei der Mit so einer Gebreedeten Wo steht denn da, ob die Breedeten Die müsste die, die stärkste sein eigentlich Von ihr nehme ich mal das Ding weg Und den Sattel weg Tu sie mal rein Das tue ich hier reparieren Okay Das Das ist eh gut bei mir Und das ist hier Und das ist hier Das hier zack Das hier zack Und das hier ein paar rein Und dann drin bleiben Das kriegt sie mit einmal Leben Bisschen was Aber es ist eh keine Killermaschine Von daher Einfach auf Stamina auf Ding gehen Ein bisschen Stamina Ein bisschen Und Rest auf Damage erstmal Jetzt mal schauen, ob die mehr rausholt Ich habe das nicht aufgeschrieben Aber ich glaube mit dem Bonus Noch ein bisschen mehr Mal schauen, dass wir mindestens Ich weiß nicht Täglich 10.000 Metall Also 20.000 Metallfarben Also 10.000 Metallfarben Alles geht ja Wir stellen einfach Technikus ein Der lockt ein und macht das